Oh, Kinders, was geht denn bei euch? Hat Kinsey ein cooles Spiel gemacht oder hat er ein cooles Spiel gemacht? Muss man schon zugeben, hat er das schon gut gemacht. Oh, Leute, nicht crashen. Oh, shoo, wo bin ich? Okay, ich will nochmal... Nee, ich will... Doch, doch, doch. Ich will jetzt nochmal harte Action. Komm. Come on, Bi. Come on. Bam! So. Verpiss dich hinter mir. Er hat eine Waffe gefunden. Unfaire Scheiße, mein Freund. Geh weg. Ah, noch einer! Schieß doch gegenseitig ab. Scheiße. Oh, nein, da vorne landet einer bei der Halle. Die gehört eigentlich schon an mir, die Halle, aber egal. Gut, hier ist keiner, hier ist keiner. Komm, Atombombenwerfer. Bitte! Was? Hier ist nichts. I'm so fucked right now. Ja, you're gonna get fucked, guys. Damit werden sie sowas von nicht rechnen, dass ich hier gerade angeschniedelt komme mit dem Ultra-Ding hier. Nee, ich will nicht mehr Knife auswählen. Bitte. Danke. I can feel it. I can feel it right now. Jetzt werde ich sowas von brutal Shit erster. Kann ich Pillen herstellen? Oh, my God. Du hörst auf zu... Oh, fuck! Gott. Easy Aim. Ja, weggeamed! Okay. Easy Aim, easy experience, meine Freunde. Da vorne läuft noch jemand. Wo ist deine Kiste hier? Der blutet voll aus dem Hintern da, der Kerl. Ist echt eklig, was er hier macht. So, komm, ich will die auch noch haben. Kann ich die nicht... Na, also. Ach, Shit! Ich komme sowas von mit diesem blöden Interface nicht klar. Hier ist irgendwo ein Pump. Mensch. Okay, lass mich ganz kurz meine... Ist doch einer close. Ja, hier drin ist einer. Oh! Warum habe ich da einmal geschossen? Was ist hier los? Das war echt nicht geplant, ne? Zum Glück war der schon low. Nein, warum schießt der nur... Warum... Was? Eben habe ich doch noch Dauerfeuer gemacht, oder nicht? Bin ich gerade total zurückgeblieben? Leute, jetzt mal im Ernst. Was ist die... Kann man... Hä? Jetzt wird aber sowas von krass niedergeschniedelt. Wo seid ihr? Ich gehe... Nein. Ah! Collision! Ich gehe nach da vorne. Ist jemand bei mir in der Nähe? Es geht. Zum Mittel. Ich fliege direkt. Nicht in die Tür rein. Geht weg. Das ist mein Haus. Hier wohne ich. Ja. Das ist ganz klar mein Haus. Denn hier liegen Waffen rum. So wie bei mir zu Hause. Da wird schon geschossen. Wahnsinnige. Schießwütige. Ist es gut... Jetzt will ich ja mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier irgendwie auf... One... Aha. Not enough space, was ich hier... Okay. So. Achso. Was mache ich? Ich schieße mit der Pistole? Bin ich da rein? Ja, die macht echt Einzelschuss. Naja. Das muss ich ran. Ich versuche direkt zum Lärm zu gehen und hier... Der ist ruhig. Er hat mich gesehen. Everyone together. Gotcha, bitch! Ja, na also. Ich habe erst nicht auf meinen Kopf gezielt. Ich weiß, es war nicht so gut. Warum hat denn der keinen Helm? Äh, ich meine keinen Rucksack. Shit, die sind so close, ne? So, Bandage. Und dann nehme ich auch noch so ein... Hier. Warum habe ich jetzt eigentlich keine Anzeige? F auf F kann man die Drinks nehmen. Ah, die, die... Ich weiß schon. Warum sehe ich hier nicht, wo... Ich habe mein Interface ausgeschaltet, glaube ich, mit irgendeiner Taste. Ist das möglich, so etwas auszumachen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung wo. Aber ich konnte mal mein Live sehen vorhin. Bin nicht mehr sicher. Weiter geht's. Richtung Sieg. Noch 14. Schauen wir mal auf die Karte. Wir sind ganz da unten. Also hier sollte man auf jeden Fall schon die Tür hinter sich zumachen. Habe ich jetzt eine Pistole? Ja, warum ist die Pistole auf 1? So will ich das haben. Die Pistole muss nach ganz hinten. So ein bisschen wie bei PUBG halt. Okay, hier war schon jemand. Ich glaube, jetzt natürlich stark in Gefahr gesichtet zu werden und dann vor allem überrumpelt zu werden von weiter weg oder so wie ich den einen eben halt gerade genannt habe. Wobei es auch so ein Fehler war, stehen zu bleiben. Hätte auch weitergehen können. Ich sollte noch weiter looten. Okay, da schießt noch jemand. Ah, ich habe... Achso, ja, habe ich auch. Läuft. Ich brauche einen Rucksack. Jungs, Mädchen. Ah, jawohl, also. Big, big is im Schiesel. Was sind diese schießwütigen? Hier ist alles clear. Ah, nicht der oben drauf. Es wirkt eklig. Jawohl, jetzt kann ich auch hier die First Aid Kids mitnehmen. Ja, es nervt mich gerade ein bisschen, dass ich das... Jetzt ist das Overlay da? Na also. Ich habe einfach auf Escape gedrückt. Jetzt ist es da. Lebensanzeige und so weiter. Das sehe ich doch als sehr wichtig an. Gut, da vorne ist einer. Den versuche ich mitzuholen. Ich habe hier zum Glück offen gelassen. Da ist auch einer. Klaus neben mir. Nach elf. Ich weiß nicht, ob er im Haus ist. Da liegt ein großer Backpack. Den würde ich jetzt gerne nehmen, aber dann hört er mich. Zu 100%. Hier irgendwo war der. Oh, das Grüne kommt schon. Shoo. Nur noch zehn. Okay, der hat mich eiskalt erwischt. Ich nehme an, der hat mich schon vorher gesehen. Und hat mich einfach schnitzeln können. Ich komme einfach nicht mehr weiter. Das gibt es doch gar nicht. Es ist so typisch. In der ersten Aufnahme erst dann, danach nur noch gar nicht im Spiel. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.